Musik Können Sie da bei den Ganzen zählen? Nein. Können Sie nicht? Nein. Was haben Sie denn gerade für Schilder für ein Kaffefahrzeug? Schilder von den freien Linken, die wir gegeben haben. Für unsere nächste Linie. Kann ich es mal kurz sehen? Kann es sein? Kann es sein, aber es sorgt natürlich nicht von Ihrer Erkaufwürdigkeit. Ich weiß nicht, was Sie da wollen. Ich bin nicht prädentierender dabei. Wie gesagt, ich wollte aber kurz verifizieren. Ich hole eins raus, ist es okay? Ja, ist es okay. Ich bin nicht präzise. Können Sie da was von hier denken? Ich bin nicht präzise. Ich bin nicht präzise. Ich bin nicht präzise. Ich bin nicht präzise. Wie gesagt, uns wurde es nur gemeldet. Ich weiß nicht, wer das war. Es tut mir leid. Wer das sagt, der sollte mal mit mir reden. Es wäre mir recht. Es wäre mir recht, wenn mir jemand sagt, der das wäre. Ich bin nicht präzise. Es ist anonym oder was? Es war eben ein Kollege aus dem Zug gerade zu probieren. Ich finde es komisch. Ich bin sehr komisch. Darf ich Ihnen sagen, was Sie machen wollen? Ich will Ihnen helfen. Abzubauen. Und ich darf auch noch die Schering. Ich bin im Schering-Bereich. Wie Sie gewusst haben? Nein, sehr. Wo ist der Stand für die Bekruhe? Es ist ein Stück. Ich bin nicht ein Stück. Ach so. Ich ziehe doch mal auf die Seite, was der hier durchfahren kann. Alles klar. Wir lassen uns mal die Schering-Gelle aus. Okay. Genau. Aber keine Schering-Gelle. Dann muss ich die Schering-Gelle. Es geht an der Demo. Demo-Anwendung sehe ich es nicht, aber heute glaube ich, die hat von Preuß buffet nicht gekriegt, gibt es keine Unterfahrung. Ich habe es nicht gehört, dass es dabei ist. Lass mal, lass mal aus. Und es gibt drei gewissen, es gibt hier Preuß bench-Demos. Angemeldet oder unangemeldet? Weiß ich nicht, aber dementsprechend. Es gibt ein Alkmalverfilm von der Stadt Stuttgart, da sollt alles verboten werden. Und dass Sie mir helfen wollen, können Sie helfen. Dankeschön. Ich bin dankbar, dass ich von Ihnen ein bisschen Essen abdreck. Schön. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat über mich. Ich war bei den Freien Lünden dabei vorhin. Ich habe mich zu. Ich habe mich hier unterhalten. Hättest du vielleicht noch einen Auslöser verraten? Dann können wir uns hinterlegen. Ah, ich habe einen Auslöser. Ah, mittlerweile. Einmal. Alles gut. Eisenhardt. Hä? Was sagst du das? Eisenhardt. Eisenhardt, was hier alles verdächtigt wird. Ich habe überhaupt den Auflauf hier. Ich weiß nicht, wie viele Polizisten wegen mir da sind. Ich weiß nicht, wie viele Polizisten wegen mir da sind. Alter, was? Ja, ich zeig Ihnen mal. Er ist ein Geburt. Auch wenn wir da sind. Ach so, kommen wir gehen müssen. Nein, warte doch. Wir gehen mal sehen. Aber ich komme hier. Wir gehen mal. Ja. Halt! 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 Nein! 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 Schauen Sie! Ich habe es so! So geht es auf jeden Fall gut. Das geht nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke schön. Und ich wünsche Ihnen noch wenige Augen. Danke. Tschüss. 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 Tschüss.